ja hey leute seht ihr vielleicht momentan ein bisschen unscharf oder lässt eure sehstärke vielleicht nach dann wird es wahrscheinlich wieder zeit für einen besuch bei einem optiker oder dem augenarzt und darum geht es in diesem video denn mit einer neuen brille sieht man ja meistens gleich viel schärfer ja genau deswegen habe ich mich ein bisschen umgeschaut man kennt ja die einzelnen optiker vor ort apollo und vielmann auf jeden fall und robin look etc alle locken die kunden auch mit diversen angeboten drei zum preis von einer oder ähnlichem oder halt nur 100 euro gestellt inklusive etc gibt es aber auch die möglichkeit im internet zu bestellen und das meistens viel viel günstiger und in dem fall habe ich halt bei brille24.de geschaut da kriegt ihr eine brille für 39 euro 90 ungefähr also 40 euro mit versand sind ungefähr 45 euro denn der versand kommt noch hinzu und das ist ein unschlagbar günstiges angebot und deswegen habe ich mir das mal angeschaut und ein modell bestellt und das seht ihr jetzt nun im nachfolgenden video außerdem zeige ich euch gleich noch wie der bestellvorgang abläuft und dann gibt es noch ein paar infos zur produktion etc von brille24 ja zum bestellen müsste natürlich erst mal hier auf die webseite von brille24.de ihr seht schon ihr habt hier einiges an auswahl und in meinem fall gehe ich jetzt hier einmal zu den herren brüllen wie sehen könnt es gibt ja auch einen brüllen berater hier beschließen könnt ihr dann entsprechend euch damen herren brüllen und so weiter empfehlung vorschlagen lassen aber das will ich jetzt nicht ihr könnt ihr auch die form wählen etc ich suche jetzt eine randlose brülle und zwar die mckay und die habe ich hier schon ihr sehen könnt und das ganze gibt in verschiedenen farben und auch in verschiedenen glastönen wobei die standard tönung ohne aufpreis zu haben sind bis 85 prozent und zwar bis 50 prozent und dann gibt es auch noch selbst töne in braun oder grau kosten derzeit 60 euro aufschlag oder polarisierend für 80 euro aufschlag ja hier gibt es noch eine ganz nette funktion das ist die 3d anprobe die probieren jetzt mal die zeige ich euch das ganze funktioniert über die webcam so nehmen wir einfach mal zu lassen hier ja jetzt muss ich mein gesicht hier reinpacken so jetzt kriege ich das ganze ja das sind jetzt die größten gläser würde ich sagen denn es sieht ein bisschen groß aus außerdem ist es ein bisschen rund so ist die mckay eigentlich gar nicht kann man hier noch mal draufklicken aber ihr sehen könnt es gibt hier keinen unterschied zwischen diesen modellen außer die farbe ich finde die funktion sehr witzig aber 100 prozent real ist sie nicht vergleich dazu mal meine alte brille noch so jetzt hat man auch reflektionen ja gehen wir mal wieder raus hier ist aber bestimmt ganz praktisch für andere gestelle oder die form und die kann man aber ansonsten auch ein foto hochladen oder das foto einfach ändern und hier sieht man auch die verschiedenen modelle in der glasform das größte ist jetzt hier aussagekräftig und bewährt nummer a ich hatte mich hier für nummer g entschieden weil es kleiner war und ich dachte mir ja das sieht recht klein aus seht ihr dann gleich im anschluss noch wie es denn wirklich aussieht und etwas kleiner wäre noch die funktion klassisch und flach wie ihr sehen könnt so glastönung könnt ihr halt auswählen ich hatte in dem fall keine ausgewählt ich habe die schwarze ausgewählt hier könnt ihr noch eure werte entsprechend eintragen für die dioptrien das wäre hier zylinder und achse für die hornhautkrümmung und die pupillendistanz ja die glasform ist übrigens hier auch noch mal angezeigt das hatte ich vorher leider nicht gesehen und hier seht ihr auch noch mal die höhe und die breite der gläser und die form könnt ihr auch noch mal ein bisschen besser erkennen also immer diese auf diese kleinen info buttons achten da ist noch mal einiges an infos versteckt so wie ihr sehen könnt es sind einstärken gläser in dem fall sind immer dünne kunststoff gläser die versuchen immer die dünnsten zu machen wie es geht super entspiegelung extra gehärtet lotus effekt uv schutz brüllen etui und die sogenannte geld zurück garantie die ist hier noch mal irgendwo deklariert das sind 30 tage ab versand hier steht es hier oben 19 39 90 plus versandkosten packen wir mal in den warenkorb so hier haben wir das ganze und hier seht ihr auch noch mal 21 90 sind für brille 24 limited und 18 euro für die dienstleistung hier in deutschland mit 24 gmbh sind jetzt 45 euro ungefähr mit versand und märchensteuer und das ganze können wir jetzt zur kasse geben hier könnt ihr euch registrieren und dann könnt ihr bezahlen per vorkasse per überweisung per paypal zum beispiel ich habe auf paypal gewählt ja und ab dann heißt es im prinzip warten ja und wenn ihr dann ungefähr 14 tage gewartet habt dann müsste die neue brille auch mit der post kommen und schwupps ist sie dann auch schon da ja und nach ungefähr zwei wochen liegt das gute stück jetzt hier auf meinem tisch das ganze kam hier in diesen schicken kleinen brüllen etui und das machen wir einfach mal auf und da seht ihr sie mal raus wie man schon sehen kann das gestell ist nicht ganz so wie auf den bildern abgebildet ist ich schau nochmal hier ist noch ein brüllenputztuch mit dem brille24 logo drauf so kommen wir zum modell mckay ja in den von mir bestellten gläsern die bezeichnung seht ihr noch gleich eingeblendet wie ihr sehen könnt alles sehr schön verarbeitet auch die ränder poliert und auch recht dünn ich würde sagen ist auch ein index 1,6 genau wie meine alte brille und das schöne hier ist halt es ist eine titan flex brille das heißt ihr könnt sie auch mal rum biegen das macht ja nicht so viel aus allerdings sollte man es nicht übertreiben denn natürlich muss das glas hier alles halten was ihr der brille antut ist natürlich etwas schwierig für den camcorder hier scharf zu stellen aber er schafft es und wie ihr sehen könnt hier sieht man auch die entspiegelung das ist schon mal so leicht grünlich und noch sehr schöne klare gläser gibt es hier in dem fall wirklich nichts zu bemängeln wenn ihr seht dass zwei seiten unterschiedlich groß sind das muss so sein weil die augen hier in dem fall ein bisschen unterschiedlich arbeiten das vergleiche ich das mal mit meiner alten brille das ist meine alte ihr sehen könnt auch diese ist randlos und entspiegelt aber die renner sind hier in dem fall nicht poliert hat mich glaube ich ungefähr 90 euro damals gekostet auch online bestellt und hier dazu die neue ihr sehen könnt die glas dicke ist quasi identisch unterschiede liegen jetzt eher in der entfernung zur kamera müsste beides index 1,6 sein vom glas her sollte man mindestens nehmen bei randlosen brüllen ja und ihr seht auch die glasgröße ist wesentlich größer bei der mckay als bei meiner alten brille da habe ich nicht so wirklich drauf geachtet als ich bestellt hatte habe zwar kleinere gesucht aber ich zeige es gleich mal wie das aussieht ich setze jetzt einfach mal auf so sieht es also aus brille mckay auf meinem kopf und sie ist sehr leicht ich habe sie auch schon getragen und muss sagen der einzige nachteil ist von der sache dass es so leicht ist wenn man läuft die vibrationen vom laufen übertragen sie deswegen wirkt sie immer leicht mit kann stören sein muss aber nicht hängt auch vom schuhwerk ab was ihr tragt von daher nicht so wirklich relevant die sicht ist sehr klar und ist auch wesentlich schärfer als meine alte brille sehr leicht wiegt 10 gramm so mit diesen gläsern wie ich sie bestellt habe und im vergleich zu meiner alten trägt sie sich auch angenehmer würde ich sagen also hier finde ich die gläser schönerweise schön dezent sind klein und ich schaue sowieso immer nur in diese Richtung hier ist natürlich der vorteil bei der brille mckay in diesen gläsern dass ein größer bereich abgedeckt ist ist geschmackssache wenn man auch die richtung scharf sehen will oder so wenn man runter guckt dann sollte man es wahrscheinlich sowieso größer kaufen wenn man nur schwache sehschwäche hat wie bei mir dann reichen halt auch kleine gläser vollkommen aus und sehr schön finde ich vor allen dingen die tatsache mit diesem titan flex bei diesem gestell weil hier habe ich immer den nachteil bei standard brüllen dass ich nach einer weile irgendwie das ganze hier ausleiert und wenn man den kopf nach unten senkt dann rutscht ihn auch gerne mal runter wenn man es nicht jedes mal nachjustiert das wird hier hoffentlich nicht der fall sein dass sie in form bleibt und man kann auch damit sport machen finde ich sehr super die brille ist auch extra gehärtet hat UV schutz ist ganz klar und auch eine lotus beschichtung das heißt wenn ihr sie wascht dann perlt das wasser leichter ab das macht die reinigung etwas einfacher apropos reinigung man sollte brüllen generell nicht trocken reinigen also am besten unter feuchtes wasser halten und dann vorsichtig mit einem sauberen Mikrofasertuch abtupfen weil ansonsten können kleine kratzer entstehen das hatte ich bei meiner alten brülle einmal mit dem Mikrofasertuch rüber kleiner kiesel oder ähnliches drin verfangen gewesen und schon hat man schöne zerkratzte Gläser da hilft auch der Kratzschutz leider nicht mehr viel ja zu der Brülle gab es auch noch Bestellgutscheine dazu also wenn ihr Neukunde seid und auch bei Brülle24.de bestellen wollt ich habe hier noch drei Gutscheincodes zu vergeben schreibt mir einfach eine Nachricht oder postet am besten hier unter dem Video einen Beitrag dann schicke ich euch eine Nachricht wenn ich kann ansonsten schicken wir doch lieber eine PN oder eine E-Mail über meine Webseite dann schicke ich euch einen Gutscheincode zu für eure nächste Bestellung bei Brülle24.de und ja ich werde mal schauen was sich die Brülle so in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren so macht mein Fazit aber ich bin begeistert also produzieren tut Brülle24 die Dinger ja in Thailand und das muss jetzt nicht schlechtes sein in Thailand gibt es massenhaft Optiker und Brüllengeschäfte und die Produktion wird da wahrscheinlich genauso verlaufen wie in anderen Ländern das heißt automatisiert ein Beispiel zu dieser Produktion von solchen Brüllengläsern findet ihr übrigens im Beitrag verlinkt also nicht in diesem Video jetzt sondern auf meiner Webseite denn auf Youtube gibt es da von einem namhaften Hersteller von Gläsern auch ein nettes Video wie man überhaupt solche Gläser herstellt ist vielleicht ganz interessant und dann sieht man auch, dass das Ganze automatisch abläuft und deswegen schon die Herstellung gar nicht so teuer sein kann das teuerste ist wahrscheinlich das Material und die Maschinen etc. und die Montage der Gestelle, denn die muss natürlich in der Regel per Hand erfolgen sehr schön ist übrigens auch ihr könnt das Ganze natürlich auch getönt bestellen, polarisiert bestellen etc. in verschiedenen Größen und Formen also meine nächste Brülle würde ich wahrscheinlich wieder dort kaufen, allein schon aufgrund des günstigen Preises von ca. 40 Euro bei einem Optiker hier in der Ecke da hätte ich für dasselbe Gestell bzw. ein ähnliches Titanflex Gestell was auch eher so gebogen wäre ungefähr 350 Euro bezahlt ok, ich hätte die Gläser direkt vor Ort sehen können was schon mal ein sehr großer Vorteil ist ich hätte den Service auch vor Ort den man in der Regel aber selten braucht und aber dafür 350 Euro im Vergleich zu ungefähr 40 Euro finde ich schon ein bisschen übertrieben wichtig für euch ist vielleicht auch noch zu wissen dass ihr auch ein Rückgaberecht habt Brüllen sind ja eine Maßanfertigung in der Regel gibt es da kein Rückgaberecht das heißt also Pech gehabt allerdings kann es ja mal sein dass man sich nicht mit der Brülle verträgt etc. dass die Sichtstärke nicht komplett richtig übernommen wurde was selten ist aber passieren kann das heißt dann geben die meisten Optiker auch die Läden vor Ort euch das Recht zur Rückgabe oder Umtausch und so ist es auch bei Brülle24.de 30 Tage habt ihr Zeit allerdings gelten diese 30 Tage ab Versand da der Versand schon mal ungefähr zwei Wochen dauert habt ihr also effektiv nur circa zwei Wochen Zeit das Ganze zu reklamieren und zurück zu schicken ihr müsst dann jedoch 9 Euro Pauschale für die Abwicklung bezahlen und 5 Euro Versandgebühren die müsst ihr natürlich auch wieder extra bezahlen das heißt ihr macht ungefähr 14 Euro Verlust wenn ihr eine Brülle zurückschickt weil sie euch doch nicht gefällt zum Beispiel vom Gestell her oder ähnlichem müsst ihr überlegen ob sich das lohnt bei einem Preis von 40 Euro für 15 Euro ungefähr ganz wieder zurück zu schicken Stand ist der August 2013 Preise ändern sich ja bekanntlich und das war es soweit von mir zur Brülle McKay von Brülle24.de und ich hoffe ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen vielleicht ist es ja für euch jetzt auch eine Gelegenheit selber mal dort zu bestellen es auszuprobieren und einen Weitergang zu schreiben Ah eins noch zum Thema Polierte Ränder kann ich euch sagen bei Randlosenbrüllen sind die immer poliert bei Brülle24.de nur die Randbrüllen da sind die in der Regel nicht poliert die Ränder bei Randlosen jedoch schon solltet ihr noch Fragen dazu haben dann postet es einfach unter dem Video Beitrag hier ich versuche es euch zu beantworten und sollte sich mit der Brülle noch irgendwas Neues ergeben dann mache ich dazu etwa ein extra Video oder ich ergänze einfach den Beitrag und schreibe es dann hier unter die Beschreibung bzw. in den Beitrag auf der Webseite von Video Review Info bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video